Moin moin Leute, Ahrensburg und Alex. Wie immer hier, willkommen zu meinem ersten Infinite Warfare Zombies Gameplay. Und ich freue mich einfach. Ich fand den ersten Trailer von Infinite Warfare Zombies ziemlich nice, ich fand die Gameplay ziemlich nice. Dieses 80er Jahre, ulkiges, komplett, Panne. Ja, wie soll man sagen, Thema. Auf jeden Fall mir gefällt das Spiel vom reinen Aufbau her, vom Zombie-Modus her zumindest, sehr, sehr gut. Allein aus den Gameplays. Multiplayer ist nicht so ganz meins, aber ich bin ja eh eher der Zombie-Suchti. Aber auf jeden Fall, Leute, wir werden heute meine erste Runde zocken. Heißt, ich habe absolut keine Ahnung, was genau ich machen muss. Weil aus den Gameplays her konnte man leider noch nicht allzu viel sehen. Ich würde mal sagen, wir lassen uns überraschen. Für weitere Tutorials, also zum Strom, wie man Pack-Up-Puncht und alles, guckt am besten mal in die Beschreibung rein. Dort habe ich nochmal einiges verlinkt, denn das werde ich direkt nach meinem ersten Match alles aufnehmen. Und Leute, ich würde mal sagen, jetzt geht es erstmal los. Die Cutszen werde ich übrigens komplett überspringen. Es soll nämlich einfach nur ums Gameplay gehen. Die Cutszen könnt ihr euch noch woanders angucken. Wir haben ja noch die ganzen Waffen-Kits, aber die müssen wir halt auch alle erst freischalten. Also macht das, glaube ich, nicht wirklich. Wir sind uns hier erstmal großartig die ganzen Sachen anzugucken. Also, Leute, ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt unser allererstes Match in Infinite Warfare Zombies. So, Leute. Irgendwann in den 1980ern. Spaceland-Vergnügungspark. Und wir starten. So, können wir uns schon bewegen? Jetzt geht's los. Okay. Perfekt. Was haben wir hier? Okay, wir haben ja die Gangster-Faust. Hier, wie heißt sie nochmal? Der Schlagring haben wir bei dem Charakter. Verschiedene Charaktere haben immer so andere, ja, Nahgriff, äh, Nahangriff? Verschiedene, sozusagen, Messer-Animationen oder Möglichkeiten zu Messern. Es gibt zum Beispiel einer, der hat eine kaputte Flasche. Und ansonsten wüsste ich halt auch nur, dass wir mit denen hier quasi diesen Schlagring nutzen können. Ansonsten weiß ich leider nicht, was die anderen machen. Werden wir alles auf jeden Fall noch herausfinden. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Wir haben hier schon mal eine Waffe, die Hailstorm. Ich glaube, so wie ich das gesehen habe, ist das die Burst-Waffe. Und hier haben wir noch die M1. Aber es ist ja eh Runde 1. Ich werde mal checken, wie viele Hits die Zombies aushalten, wenn wir ins Knie schießen. Das kennen wir ja noch aus Black Ops 3, dass die 8 Schüsse aushalten, der ersten Waffe. Die waren jetzt nicht alle getroffen. Oh, what the fuck? Ich war doch eigentlich genug nah dran. Egal. Punch wäre es mal. Das ist so genial. Einfach hier schön in die Fresse schlagen. So, ach. Das ist auf jeden Fall knapp. Also die 8 Schüsse, vielleicht 7 Schüsse sollte man nur reinhauen und dann zu Vorsicht Messern. Keine Ahnung. Das war... War es Runde 1 oder was jetzt? Übrigens, hinter meiner Webcam, da steht immer Szene 1. Okay, jetzt ist da Szene 2. Also Runde 2. Könnt ihr nicht sehen, aufgrund der Webcam. So. Hier machen wir mal zu. Nicht nachladen. Jawohl. So, wir werden gleich mal weitergehen. Ich werde wahrscheinlich nochmal hier die Muni schnell leerschießen. Und dann mir die Hailstorm einfach mitnehmen. Bam. Bam. Also wirklich, das richtige Punchen sieht so genial aus. So. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Hits man hier aushalten kann. Möchte ich jetzt nicht auch unbedingt herausfinden. Also jetzt nicht am Anfang. Irgendwo muss hier auch Crick Revive wahrscheinlich sein. Da ist es, glaube ich. Das ist sowas wie Crick Revive. Tutorial zu allen, oder Erklärung zu allen neuen Perks werde ich euch auch mal geben. Weil ich denke, das interessiert, glaube ich, relativ viele. Hör auf, mich zu schlagen, Zombie. Was soll der Mist? Ich will hier echt nichts riskieren. Ein bisschen vorsichtiger jetzt. Weil die sind viel, viel direkter. Beziehungsweise reagieren viel, viel schneller hier, die Zombies. Im Nahkampf. Inventar. Oh. Wie viele Sachen gibt es denn hier? Oh mein Gott. Was wir alles herausfinden können. Ist hier noch irgendwas? Führung. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht. Wir sind jetzt hier. Sieht auf jeden Fall richtig groß aus. Na komm, wir gehen mal hier weiter. Braucht Energie. Waren wir denn Energie? The fuck? Energie? Tür? Irgendwie? Hallo? Überforderung. Überforderung. Granatenorgie habe ich auch. Ich glaube, das war das, wo man so unendlich viele Granaten hat für eine kurze Zeit. Wie komme ich denn hier weiter? Hilfe. Hier, was ist das? Splittergranaten. Ich habe Splittergranaten gefunden. Perfekt. Was ist das? Unendlich Granaten. Ja, dann nutzen wir es mal. Der funktioniert ja irgendwie nicht so geil. Aber es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Der dauert einfach noch ein bisschen. Ja, nice. Allerdings, wie komme ich jetzt weiter? Das ist jetzt die große Frage. Braucht Energie. Wo haben wir denn Energie? Hier? Ist das richtig? Ist das richtig? Das ist richtig. Jawohl. Dann kaufen wir für 57 Punkte erstmal hier die erste Tür auf. Da spawnt einer. Musik. Der muss sich leider jetzt ausmachen. Musik ist ziemlich nice, aber muss man leider ausmachen. Wollen ja hier keinen Strike kassieren. Es tut sehr weh in der Seele, dass ich jetzt die Musik ausmachen muss. Ich finde das wirklich vom gesamten Aufbau her ziemlich nice. Den habe ich auch schon gesehen, diesen komischen Kopf. Hör auf. Böse. So, wir haben ein Teil auf jeden Fall gefunden für diesen Roboter. Ich finde mal, es hat sogar gereicht in dem Gameplay, was ich gesehen habe. Wir legen den hier mal rauf. Jetzt sollten wir irgendwelche Aufgaben durchbekommen. Jawohl, aufgestiegen. Rang 2. Das sieht so genial aus einfach. Erledigen Sie 15 bis beim Springen. Das ist meine Aufgabe. Innerhalb 2 Minuten. Okay, versuchen wir es mal. 1. Oh Gott. Ah. Jetzt versuchen wir es nochmal. So. Ja, kann ich mal sehen, wie weit ich damit bin mit der Aufgabe. Und. Der war noch mehr als genug. Ah, okay. Habe ich anscheinend geschafft. Oh mein Gott. So. Munition ist langsam ein bisschen knapp. Ist ja irgendwas Neues. Überforderung pur. Da ist noch eine Waffe. Ah, nehme ich die mit. Ne, komm, wir haben so viele Punkte. Wir gehen direkt mal weiter. Ich habe im anderen Gameplay gesehen, dass hier noch irgendwas sein soll. Weg mit dir, Zombie. Weg mit dir. Hier irgendwo soll noch eine Waffe liegen. Das habe ich gesehen. Komm, ich weiß ja schon ein bisschen was. Aber jetzt nicht gerade viel, würde ich sagen, mit der Karte. Da haben wir noch eine. Die Evo. Es ist diese komische veränderbare Waffe. Hier, Sturmgewehr und MP kann man die immer verwandeln. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh mein Gott. Komm, wir hauen noch ein paar weg. Die hat ordentlich Wumms, die Waffe. Max Ammo. Sehr gut. Erreichen sie zwei Mehrfachabschüsse. Okay. Gleich drauf geachtet. Also zwei hintereinander. Geschafft. Geschafft. So, was genau bringen die hier? Die Souvenirmünzen. Ist noch eine. Was ist das da? Was ist hier? Clustergranaten. Sind die gut? Ich weiß es nicht. So, was bist du hier? Hä? Sonnenbrille ein, aus? Ja. Der hat die Farbe abgedreht. Okay. Was genau bringt das? Komm, wir gehen mal weiter. Wir haben 3000 Punkte. Wir brauchen den Strom unbedingt. Den Hauptstrom. Oh, jetzt ist die Clown-Runde. Ja, Dinger. Hallo Clowns. Ja, wo ist der Strom? Okay. Harrow-Runde auch geschafft. Mit den Mehrfachabschüssen. Es gibt halt keine Hunde-Runden mehr, sondern halt nur so Clown-Runden. Killer-Clown-Runden, kann man sagen. Liegt aber, glaube ich, nicht an den aktuellen Trends. In den 80er Jahren gab es ja diesen Film S. Und da hatten irgendwie alle Angst vor Clowns gehabt damals. Ich glaube, daran liegt das erst. Und vielleicht ein bisschen mit dem aktuellen Trend. Dann gehe ich oben lang oder unten? Ich gehe mal unten lang, oder? Oh, hier sieht es nicht gerade cool aus. Wie ich finde. Ist hier noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Können wir nicht ran? Ich kaufe das jetzt einfach auf. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Schalten die 5.000 bis aus der Distanz aus. Hallo. Liegt hier irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Zusammenbau erforderlich. Ich glaube, so Sachen... Was zur Hölle? Warum werden die markiert? Ist das vielleicht... Oh mein Gott. Ist das die Sonnenbrille, die uns das bringt? Wenn ich jetzt nochmal die aufsetze. Oh, jetzt sehen wir die ganz klar. Ja, nice. Ist mitgenommen. Unendlich Granaten wieder. Das ist ja echt praktisch. Also... Kann ich mich nicht drüber beschweren, über sowas. Muss noch ein Zombie aus der Distanz ausschalten. Was ist denn hier Distanz für die? Ist doch keine Distanz. Doch, das ist eine Distanz für die. Okay. Alle werden aber hier nicht markiert, irgendwie. Komm, wir setzen ihn wieder ab. Einmal schnell hier. Ein bisschen lang. Das liegt hier. Oh, Magazin gefunden. Perfekt. Das finde ich echt nice gemacht. Mit diesen kleinen Pickups zwischendurch. Da komm ich hier unten lang. Nein, nein, nein. Nein, 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 Zombies. Das waren ordentlich viele. Das ist gerade mal... Welche Runde ist es? Runde sieben. Und er ist, glaube ich, der letzte. Was ist das? Noch eine Sonnenbrille. Oh, hallo. Bekommt sie nicht den Eliminator? Was sind das hier für Aufgaben? Oh, das ist, glaube ich, Dings. Hey, wir haben schon Strom aktiviert. Das ist sowas wie Banana Collada. Ich nehme das mal kurz mit. Werdet ihr gleich sehen. Da machen wir so eine Art Feuerspur. So. Wohl auch nicht. Ich dachte, das wäre es mit der Feuerspur. So. Sieht leicht sexuell hier aus. So, wir lassen die noch mal im Leben. Wir müssen gucken, was wir hier noch so finden können. Gibt es was für tausend? Na komm, gehen wir einfach kurz hier durch. Was ist das hier? Braucht Energie. Wir müssen also irgendwo nochmal so einen Schalter finden. Anscheinend gibt es ja keinen Hauptstrom. Und das ist, das ist, glaube ich, die Kiste, oder? Also sowas wie die Kiste. Strom braucht auch Energie. Wo ist denn hier die Energie? Hallo? Kommen wir gerade von hier? Ich glaube, wir kommen gerade von hier. Hier ist David Hasselhoff. Kommt wieder, wenn ihr alle Teile habt. Ein Hinweis, ein Hinweis. Was könnte das bloß heißen? Ich brauche Strom, verdammt nochmal. Uh. Die Volk. Die hat auch ordentlich Wumms. Aber wir haben nicht genug Geld. Braucht Energie. Wo haben wir denn hier? Chagganok. 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 Braucht Energie. Jetzt müssen wir Strom finden, Leute. Wir müssen es sofort finden. Komm, ich hau ihn jetzt einfach weg. Ich weiß immer noch nicht, was genau diese Souvenir-Münzen bringen sollen. Was habe ich hier? Werksunterricht. Mana. Hä? Oh mein Gott. Hilfe. Kann man mich bloß so hart erschrecken. Ich habe schon wieder Tickets gewonnen. Schon wieder irgendeine Aufgabe geschafft. Ich achte auf die Aufgaben gar nicht so. Ja, wir haben das fast abgeschlossen. Bitte nicht rennen hier. Ich glaube, wir müssen hier reingehen, oder? Ich glaube schon. Jawohl. Oh, neue Aufgabe. Roboter-Machine. Hier waren wir doch am Anfang schon. Oh, Hilfe. Wir sind schon ordentlich schnell unterwegs. Oh, jawohl. Unendlich Munition. Das habe ich mir schon gewünscht, als wir Custom-Zommies gezockt haben. Da wollen die unbedingt mal unendlich Munition haben. Und sie haben es reingebracht. Nice. Das ist echt geil gemacht. So. Jawohl. Noch irgendwo einer? Hä? Wenn wir auf die Fresse haben. Du wirst auf die Fresse haben. Kriegst du gerne. Besiegen sie 5 Zombies im Nahkampf. Wenn unendlich Munition ist, ist das natürlich jetzt nicht so geil. Was ist er hier? Wir brauchen halt noch irgendwie Strom. Das gehe ich jetzt einfach mal nicht. So, wir gehen mal hier nochmal weiter. Vielleicht finden wir hier irgendwie Strom. So, Runde ist abgeschlossen. Unendliche Munition haben wir auch nicht mehr. Das heißt, ich werde nochmal schnell rangehen. 300 Tickets brauchen wir hier. Portalgenerator. Na komm, hole ich jetzt einfach mal. Ich brauche ganz schnell Munition. Weil die Waffe ist halt irgendwie nicht so geil. Oh nein, da lag noch irgendwas. Hört mal. Wie sind wir denn gerade gelaufen? Hier ist der Spawn. Hier ist der Spawn. Okay. Gut zu wissen. Da ist okay. Nee, einmach. Oh mein Gott. Einfach mal schnell hier lang. So, wir rutschen. Das Rutschen ist hier nicht so schnell wie in Black Ops 3. Das seht ihr wahrscheinlich auch schon. Meine Aufgabe ist gleich weg. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Ich glaube doch einfach Max Ammo. Ich glaube doch einfach Max Ammo. Oh mein Gott. Wir brauchen gleich unbedingt Strom. Oh mein Gott. Hüller Rang aufgestiegen. Wie sind wir denn vorhin gegangen? Ich glaube hier unten. Oh, wir sind einmal easy vorbeigelaufen. Ich glaube hier sind wir irgendwie lang gegangen. Einmal hier nach unten. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich setze das mal auf den MP-Modus. Ja, ist nice. Ich weiß aber nicht, was mehr Kraft hat. Oh mein Gott. Du kannst ja nicht. Nachladen, abbrechen. Sieht halt komisch aus. Obwohl, das geht doch. Sind wir hier lang oder hier lang? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind hier nicht lang. Nein. Super. Super geil. Okay, hier ist noch ein neues Perk. Wo sind wir denn gerade? Okay, wir müssen anscheinend... Oh, Hilfe Leute. Ich habe mich verlaufen. Ja doch, hier geht es lang. Hier ist Autoscooter. Hier geht es weiter. Shit. Shit, 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 shit. Wo muss ich hier lang? So, haben wir schon wieder so eine Marke gefunden. Ich weiß halt nicht, wo ich die einsetzen kann. Ich muss schon wieder fünf Zombies im Nahkampf ausschalten. Das geht aktuell ziemlich schlecht. Ah, Strom. Sehr gut. Ich bin nachgeladen. Dann geht es einmal weiter. Sind wir jetzt im richtigen Bereich? Das kommt bekannt vor. Oh, jawohl. Jawohl, jawohl. 2500 Punkte brauchen wir. Wie also immer. Dafür haben wir 2500 Punkte. Ja, damit mit Jagernok. Da ist uns keiner. Das ist perfekt gerade. Das ist wirklich perfekt. So. Da kommen noch ein paar. Juckt uns jetzt aktuell aber gar nicht. Dahinten ist die Kiste, so wie es aussieht. Also ich gehe mal davon aus. Da leuchtet halt nur eine Sache. Und das ist halt eigentlich immer die Kiste. Herausforderung wird schon wieder gescheitert. Gib mir einfach mal andere Herausforderungen. Das wäre ziemlich nice. Wir haben aber nicht so viele Punkte gerade. Ein bisschen kacke. Kacke. Oh Gott. Komm, gib mir einfach eine gute. Nicht Nahkampf wieder. So. Ich muss ein bisschen versuchen, die Waffe hier zu nutzen. Damit wir gleich genug haben und uns nochmal Munition kaufen können. Was stimmt denn sonst Souvenir-Ding? Das kann doch bringen, das. Souvenir-Münze reinlegen. Die kommt es noch mit. Schwede im Nahkampf. Immer die gleiche. Ah, hier musst du drei Dinger reinlegen. Okay. Drei Münzen. Oh mein Gott. Hier nochmal eine Sonnenbrille. Schieße. Oh, ich gehe schon wieder falsch. Ich gehe schon wieder... Ah! Was willst du von mir? Ich habe ja noch nie gesehen. Ich habe ja noch nie gesehen. Ich habe ja gar Hilfe. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ich habe schon von dem gehört. Ich werde euch jetzt noch nicht spoilern. Aber ich habe schon sehr, sehr Schlechtes von dem gehört. So viel verrate ich euch schon mal. Ich habe jetzt zum Glück E-Jugger. Aber das rettet einen halt nicht am Ende. Ich hoffe, hier gehe ich richtig. 1.250. Das reicht nicht. Jetzt aber. 1.500. Was ist hier? Hier wackelt alles. Hier wackelt alles. Hier wackelt alles. Wo geht es lang? Wo muss ich denn ganz lang? Komm ich hier rein. Wie funktioniert das hier? Damit. Oh nein. Oh. Crap. Ich höre ihn laufen. Und zwar relativ nah. Ist er über mir, oder was? Können wir hier lang? Hier geht es auch nur lang. Perfekt. Ich habe eine Granate lieber. Gibt da irgendwas? Wir haben keine Granate mehr. Ich höre was. Nein, ich verziehe nicht. Ich verziehe nicht. Ich verziehe nicht. Wir haben kaum noch einen Muni. Da liegt was. Da schießt ein Blitz. Oder ein Laserbeam. Wie gehst du denn? Du down. Geil. Keine Muni mehr. Hier können wir immer einen Rutschen. Wo müssen wir ganz lang? Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Aus dem Weg. 1000 Punkte können wir schnell ausgeben. Jetzt sind wir hoffentlich direkt an der Kiste. Oh nein. Wo bist du ganz? Vor allem wie teuer bist du? 950 wie immer. Einmal schnell weg hier. Oh. 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 Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah. Oh. Mein Gott. Leicht brenzlig das Ganze. Brauchst du schnell mal nur noch 50 Punkte. Kann ich hier irgendwas werfen? Ja. Das bringt glaube ich nicht viel. Was ist das? The fuck? Was bringt das denn am Ende? Das ist auf jeden Fall auf den Kopf schießen. Das macht schon mal Sinn. Kurz hier die Münze einlegen. Was bringst du jetzt am Ende? Oh shit. Ach, das ist eine Pistole. Ich dachte, das ist wieder irgendwas zum Abknallen. Tickets aufnehmen. Das ist ja cool. Was haben wir jetzt hier? Wo ist... Ah! Oh mein Gott. Oh shit. Oh shit. Was bringst du? Das war nicht ich? Das warst du. Mensch du Assi, lass mir doch mal ein bisschen Zeit, bitte. Hallo. Ich krieg nicht mehr Punkte dafür. Was haben wir jetzt geholt? Radiorekorder. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Das ist eine Falle. Jawohl. Zehn Punkte. Jawohl. Wir haben genug. Sind wir richtig? Wir rennen nicht mal richtig. Geil. Oh, die Runde beginnt jetzt sogar. Die Runde beginnt. Wo war die Kiste? Ganz schnell. Wir haben kaum noch Muni. Komm hier. Ran, Magic Wheel. Ich benutze das jetzt einfach mal. Geben wir was Gutes. Nein. Wir kriegen Sniper. Och nee. Och nee. Oh mein Gott. Was eine Scheiße. Wir hätten doch nichts schlechteres bekommen können. Außer, das ist noch niemand ein richtiger Sniper. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ihr kriegt mich nicht. Können gleich theoretisch nochmal rangehen. Ich glaube von dem Geld werde ich erstmal Munition kaufen. Für die andere Waffe einfach. Versuchen doch hier irgendwie punchen zu können. Das wäre mehr als genial. Guck dir das mal an. Das Ding macht ja... Das schießt irgendwie wahrscheinlich so Taschentücher auf die. Das wäre dann genau auf den Kopf schießen. Ähm. Ich renne schon wieder falsch. Noch eine Münze. Uh. Nicht attackieren. Nicht attackieren. Okay, da sind wir richtig. Granate nochmal geworfen. Und noch eine. Unser Roboter ist auf jeden Fall gerade pausiert. Wir müssen auf jeden Fall die Zennarkampf-Kills machen. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Zumindest mit dem Roboter. Jawohl. Da haben wir wieder Munition. Selbst bei Headshots killt das Ding nicht. Können wir komplett vergessen. Das müssen wir auf jeden Fall wieder weggeben. Weil was sollen wir mit der Scheiße? Wenn die nicht killt, dann... Sinnlos. Komm jetzt hier rein? Soll man irgendwie reinkommen? Braucht Energie. Waren wir denn Energie? Ich geh mal hier rein. 1.500. Oh shit. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Du hast keine Energie. Energie. Hallo. Ich werde jetzt nicht hier auf den anderen warten. Oh. Nein. Nein. Weg mit dir. 1.500. Komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, verrecke doch. Oh, er ist down. Also, er hat seinen Helm verloren. Oh mein Gott. Hilfe. What the fuck? Er ist besiegt. Er hat Max immer gedroppt. Oh mein Gott. Was war das? Außer knapp. Okay, Arcade-Halle. Sieht ungefähr so aus, wie die Halle hier bei der Gamescom. Hier habe ich irgendwas gelesen. 500 Tickets. 500 Tickets. Wo kann ich meine Tickets sehen? Was ist das hier? Achtung, Munition auffüllen. Oh, nee. Obwohl. Können wir kaufen. Können wir doch nicht kaufen. Oh, mag ich schnell weg. Das reicht. Raus hier. Uh. So. Haben wir schon wieder eine Münze gesammelt. Mal kurz kratzen. Ich will nochmal auf jeden Fall an die Kiste ran. Das ist sehr gut. Oh, nee. Oh, nee. Das ist nicht so gut. Das ist doch nicht gut. Ich wechsle mal kurz auf das Sturmgewehr wieder. Die schießt zwar dadurch langsamer. Hat, glaube ich, aber mehr Wumms pro Kugel. Komm, jetzt müssen wir vor. Das heißt, wenn wir hier platziert auf die Köpfe einfach schießen. What the fuck? Die fahren sogar rum. Hier ist noch einer. Okay. Mittlerweile machten die halt auch nicht mehr so viel Schaden. Hier umdrehen. Bisschen hier reinballern. 250 Zombies haben wir schon vernichtet. Wir machen hier eine Aufgabe nach der anderen. Fertig. So. Das ist perfekt. Wie viel Härtschatz habe ich eigentlich gemacht? 118 schon. Was ist das hier? Ach, auch mit Souvenirmünze. Ah. Was ist das? Unendlich Granaten. Werfen wir mal ein paar. Wir sind wieder am Spawn in der Nähe. Und weg mit dir. Auch noch kurz mitgenommen. Nur noch einer. Er ist der letzte. Er krabbelt noch einer. Doch nicht. So haben wir hier schon Strom aktiviert. Hier haben wir schon Strom aktiviert. Ich muss halt noch mal gucken. Ach, jetzt habe ich schon wieder kaum Munition. Ich muss halt am besten noch mal gucken, wie das funktioniert mit... Ähm... Wie heißt es? Wo waren wir denn eben? Mit diesem komischen Fahrgeschäft. Wo wir den großen Zombie ausgeschaltet haben. Da kann man auch irgendwie mitfahren. Okay, schon wieder eine Clownsrunde. So gemacht. Wir sind zum Glück relativ schnell down. Ist hier noch die? Okay. Ist noch aktiv. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, eigentlich auch Max Ammo. Ich habe eben gar nicht drauf geachtet. Ich gehe mal davon aus, ja. Nice. Max Ammo. Und wir gehen nochmal hier an das Glücksrad. Und ersetzen hier dieses komische... Was auch immer. Hornet. Das ist eine G18. Will ich nicht haben. Komm. Och nee. Och nee. Die habe ich damals in Ghost gehasst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kaiba! Herr damit. Oh. Bitte. Sammle das doch auf. Nein. Nein. Ich dachte, ich regeneriere mich so schnell. So. Wir sind zum ersten Mal down. Das heißt, wir sind jetzt hier in diesem komischen... In dieser Arcade-Ding. Wo gehen wir denn mal hin? Ich gehe mal hier einfach hin. Also das ist cool. Wir müssen jetzt hier quasi spielen und können... Drücken. R2 und dem... R2... Hallo. R1 geht. Wir müssen jetzt hier quasi unsere Punkte machen, um uns wiederzubeleben. Das finde ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Das war für... Vielleicht bin ich mit mehreren Leuten Zox ganz geil gemacht. Aber so Solo finde ich jetzt irgendwie nicht so berauschend. Muss ich jetzt machen? Okay. Das ist nämlich halt sehr krass hier, der Bereich an die Gamescom. Oh, ich muss auch die Verzögerung mit einberechnen. Jawohl! 50 Punkte. Ja, 5 Punkte. Spannung pur. Und wieder 50 Punkte. Braucht noch einmal 50 ungefähr. Nicht 5, 50. 10 ist auch noch in Ordnung. Oh, wieder 50. Geschafft. Okay, perfekt. Jetzt haben wir unseren Token bekommen. Und können uns jetzt hier, glaube ich, wieder beleben. Da müssen wir mal schauen. Haben wir jetzt noch alle Perks? Ich glaube nicht. Lost and Found ist da hinten. Da soll man wohl seine Waffen irgendwie wiederbekommen. Ich gehe da einfach mal schnell hin. Falls unsere Punkte überhaupt reichen. Wir haben fast 2000. Ich glaube nicht, dass es reicht. 2000. Oh, nein! Nein! Wir sind down. 14 Runden haben wir überlebt. Die Kiste ist uns zum Verhängnis gekommen. Ich hätte echt nicht da bleiben müssen. Wobei, die Waffe war halt scheiße. Aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die erste Runde. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiter das Spiel erkunden. Wie schon gesagt, für weitere Tutorials. Dann schaut am besten auf dem Kanal vorbei. Falls ihr neu seid, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und sonst, Leute, würde ich mal sagen, sehen wir uns in den folgenden Tagen mit jede Menge Infinite Warfare-Content. Zum Zombies natürlich. Multiplayer ist, wie schon gesagt, nicht so ganz meins. Aber Leute, das war es jetzt von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst, haut rein. Und tschüssi!